Wenn du in die Ferne reist, lernst du die Welt kennen. Aber manchmal musst du bis ans Ende der Welt gehen, um dich selbst kennenzulernen. Als ich mit meinem Motorrad die Welt bereiste, erfuhr ich, dass in Panama alle Straßen enden. Also baute ich aus leeren Ölfässern ein Floß, montierte einen Propeller an meinem Motorrad und begann eine 700 Kilometer Reise über den Pazifik in Richtung Kolumbien. Es ist sehr gefährlich, wegen der Guerilla und Narco-Traffikanten. Schau an diese Dolphins! Ich denke, sie schauen mein Boot an. Irgendwann denkst du dann schon so, was mache ich, wenn ich nie mehr etwas von ihm höre? Ich weiß nicht, ob ich es in Colombia machen werde. Wahrscheinlich gehe ich in Ecuador. Galapagos. In meiner Meinung nach, mein Fehler war, dass es so schnell zu gehen war. Und nicht die Zeit, wirklich zu versuchen, den Raft zu lernen, wie es in Ordnung ist. Ich weiß nicht, was ist mit diesem Ding passiert? The waves are strong and furious and the boat tipped over and bodies were not even found. Hey buddy, you also lost on your raft. Woohoo!